Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Aufgebraucht-Video für euch und zwar haben mir das ganz, ganz viele geschrieben, dass sie gerne solche Videos schauen, denn dann hat man auch eine kleine Review zu dem jeweiligen Produkt. Man weiß, ob das eben der Person gefallen hat oder nicht, ob sie es nachkaufen würde. Und das machen wir heute. Es hat sich so, so viel angesammelt, weil ich wirklich ganz fleißig alles aufgehoben habe und das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ich denke aber, dass ich mehrere Videos daraus machen werde, denn sonst wird es einfach viel zu lange. Ich bin aber froh, wenn ich allein dieses kleine Paketchen hier schon los habe. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, was wir hier alles so aufgebraucht haben, dann bleibt einfach mit dabei. Wir machen gar nicht lang rum, sondern wir starten direkt durch ins Video, damit es auch nicht zu lange wird. Und zwar legen wir los mit meinen Jungs, denn ich werde euch heute auch einige Produkte zeigen, die meine Männer so aufgebraucht haben. Wir starten mit diesen zwei Produkten hier und zwar Haarspray. Ihr wisst ja, dass ich kein Haarspray und kein Haargel verwende und meine Jungs aber schon, meine kleinen Jungs, mein Mann verwendet Haargel. Und sie haben diese beiden Produkte hier aufgebraucht. Und zwar einmal hier von L'Oreal und auch hier von L'Oreal. Zwei verschiedene. Und ich muss euch sagen, dass sie jetzt das von Balea verwenden und das ist mindestens genauso gut. Diese hier sind halt teurer. Die riechen auch nochmal einen Ticken besser. Das stimmt schon. Aber jetzt für Teenager reicht es von Balea aus. Dann habe ich auch gebraucht dieses Produkt hier. Und zwar von L'Oreal, mein Hitzeschutzspray in der glatten Version. Das gibt es ja auch noch für lockiges Haar. Ich habe jetzt mitbekommen irgendwie von irgendjemandem, dass es wohl rausgehen soll aus dem Sortiment. Bitte, bitte nicht, weil dann habe ich ein Problem. Also ich liebe das. Und damit schütze ich einfach immer meine Haare, wenn ich sie glätten möchte. Und ich wüsste jetzt nicht, was ich dann verwenden soll. Mal schauen. Ich gehe auf jeden Fall nochmal gucken. Dann habe ich aufgebraucht diese Produkte hier. Und zwar von Merz Spezial. Ich liebe diese Schaummaske hier. Und zwar kostet die, ich meine, 1,20 Euro oder so. Bei Müller nehme ich die mit. Und zwar SOS Hautglätte nennt die sich. Und zwar kommt da eben Schaum raus. Und das trage ich mir dann morgens auf, nachdem ich mein Gesicht gewaschen habe. Und ich kann euch sagen, dass ich mich so, so wohl damit fühle. Ich liebe das. Das ist für mich wie so, ja, so ein Stück weit Urlaub. Ich kann es euch nicht beschreiben. Aber meine Haut ist danach wirklich strahlend. Und deshalb kaufe ich mir das immer wieder nach. Letzten Sommer hatte ich dann auch mal dieses hier gekauft. Und zwar diese Schaummaske Summer Skin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie dieses Jahr auch nochmal kaufen werde. Aber auch diese hier war wirklich schön, weil man so leicht gebräut ausgesehen hat. Also jetzt nicht so übertrieben. Dann habe ich mir nachgekauft meine Kaufmannshaut- und Kindercreme. Und zwar trage ich mir die abends immer auf, nachdem ich meine Zähne geputzt habe. Beziehungsweise morgens. Und ich habe sie mir eine Zeit lang auch hier unten aufgetragen. Da haben aber ganz, ganz viele von euch gesagt, dass die wohl Zink enthält. Und das ist natürlich nicht gut für die Haut. Gerade an dieser Stelle. Da versuche ich ja eigentlich Feuchtigkeit zu spenden und nicht der Haut zu entziehen. Aber wie gesagt, ich kaufe sie mir trotzdem immer wieder nach, weil sie eben für meine Lippen sehr, sehr pflegend ist. Dann habe ich auch gebraucht von L'Oreal Nude Magique, mein Porenverfeinerer, diese Blur Cream. Die habe ich mir jetzt nicht nachgekauft, weil ich ja von NYX ein Produkt testen wollte. Das habe ich jetzt noch da. Das habe ich euch auch schon in Videos gezeigt. Da habe ich jetzt noch ein bisschen was drinnen. Allerdings ist es so, dass ich zugeben muss, dass beide Produkte nicht an meinen Benefit Porefessional rankommen. Ja, es ist leider so, aber das Produkt kostet halt auch gleich dreimal zu viel, als jetzt dieses Produkt hier zum Beispiel. Deshalb finde ich es wirklich gut. Außer Drogerie, falls ihr noch ein Porenverfeinerer sucht, könnt ihr damit auf jeden Fall schon mal nichts falsch machen. Dann habe ich auch gebraucht und auch schon nachgekauft dieses Produkt hier von The Body Shop. Meine Cleansing Butter. Und zwar habe ich die hier zum Abschminken. Super, super gerne in Verwendung. Ich mag die so, so gerne. Und zwar riecht die sehr gut, die ist sehr pflegend und ich kriege sie gerade nicht auf. Aber sie ist leer. Ich kriege sie nicht auf. Egal. Jedenfalls kostet sie, meine ich, um die 13 Euro. Ich kaufe die immer in Frankfurt auf der Zeilen, weil es die hier bei uns in der Nähe eben sonst nicht gibt. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Produkt. Und wie gesagt, habe ich mir schon nachgekauft. Dann werde ich mir nachbestellen dieses Produkt hier und zwar von Origins. Es ist so, dass es eine Maske ist und die leider 30 Euro kostet. Ihr wisst, ich bin der totale Maskenfreak. Also ich liebe es, Masken aufzutragen. Und bei der hier ist es so, dass sie wirklich alles Mögliche rausholt, was nicht da sein soll. Allerdings bekommt man sie auch schwierig wieder ab. Deshalb mache ich so, dass ich sie unter der Dusche auftrage, mir dann die Haare wasche, eine Maske auftrage und die Zeit dann natürlich nutze, dass die Maske einwirkt und dann unter der Dusche mir wieder abwascht. Ihr könnt natürlich auch so ein kleines Handtuch verwenden, das schön nass machen mit lauwarmen Wasser und euch dann die Maske abnehmen. Also ich kann sie wirklich nur empfehlen. Der einzige Nachteil ist eben, dass sie sehr teuer ist, aber die ist auch sehr ergiebig. Also ich meine, ich hätte die jetzt eineinhalb Jahre oder so gehabt, also wirklich lange. Und deshalb werde ich sie mir auch wieder nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht diese beiden Produkte hier und zwar um den Nagellack zu entfernen. Einmal von Ebelin und einmal von P2. Aber ich muss sagen, dass ich mir definitiv immer wieder dieses hier nachkaufen werde, weil es einfach besser riecht. Also ein Nagellackentferner riecht eigentlich wirklich nicht gut. Da brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen, aber der stinkt nochmal einen Ticken mehr als der. Und deshalb kaufe ich mir immer wieder diesen nach. Ich habe auch das Gefühl, dass der pflegender ist. Also ja, fragt mich nicht warum. Jedenfalls hat der ja hier oben diesen Pumpspender, genauso wie der hier von Ebelin. Und ihr macht euch das Wattepad drauf, pumpt eben ein- oder zweimal und dann könnt ihr euch den Nagellack schön entfernen. Jo, und deshalb kaufe ich mir eben immer wieder den von P2 nach. Dann, oh mein Gott, brauchen wir jetzt glaube ich nicht drüber zu sprechen, oder? Aber ich zeige es euch ganz kurz. Ihr werdet euch denken, oh mein Gott, wie lange hat diese Teile hier gewartet? Ja, sehr, sehr lange. Und ich glaube, es spricht schon für sich, dass ich mir dieses Produkt immer und immer wieder nachkaufe, weil ich es einfach total liebe. Und zwar eine Neutrogena Abschminktücher. Ja. Die gibt es leider nur bei Müller. Ich kaufe mir dann immer zwei, drei Stück. Allerdings, wenn ich dann nicht zu Müller komme, muss ich mir Alternativprodukte kaufen. Ich habe mir jetzt mal diese zwei hier zum Testen gekauft. Einmal von Garnier, diese Mietzellenreinigungstücher und diese hier von Balea. Aber ich fand beide nicht wirklich gut. Und deshalb gehe ich immer wieder auf meine Neutrogena-Tücher zurück. Es ist nicht so, dass ich mich nur damit abschminke, gar nicht. Denn ich nehme nur grob eben das Make-up weg, wenn ich eben stark geschminkt bin. Und dann natürlich mit Wasser, mit meiner Cleansing Butter zum Beispiel, mit meiner Foreo, Luna-Reinigungsbürste. Also ich verwende nicht nur Reinigungstücher, weil die auch nicht sonderlich gut sind. Dann habe ich dieses hier auch gebraucht von Essence. Aber ich muss euch gleich dazu sagen, dass ich mir das nicht nachkaufen werde, denn das hat gebrannt. Das habe ich mir selbst auch, glaube ich, gar nicht gekauft. Ich meine, das war in der Hoodie-Bag. Das ist für waterproof Make-up, aber es brennt. Also bei mir. Ja, deshalb würde ich mir das jetzt nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich auch gebraucht von Rituals dieses Produkt hier. Und zwar ist es ein Body Scrub. Ich muss sagen, dass es super gut riecht. Zwar sehr intensiv, aber ihr habt das Gefühl, ihr wärt in einem Spa. Also das ist schon ein ganz, ganz tolles Gefühl. Aber es ist auch so, dass das Produkt, ich meine, 10 Euro kostet. Ich hatte es in einer Beauty-Box und würde es mir so jetzt nicht nochmal nachkaufen. Weil es gibt definitiv bessere Peelings, die nicht ganz so teuer sind und vielleicht auch ein bisschen süßlicher riechen. Weil der hier ist schon sehr herb, dieser Duft. Aber wie gesagt, es war ein tolles Produkt. Ich habe mich auch gefreut, dass ich es in der Box hatte. Würde es mir jetzt so aber nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich auch gebraucht mal wieder einen Lip Gloss. Und zwar von Essence. Meine 07 Big Night Out. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht mehr drüber zu sprechen. Das ist der beste Lip Gloss ever, den ich je hatte. Ich liebe ihn. Und ja, also kaufe mir den auch immer wieder nach. Hoffentlich nehmen die das niemals aus dem Sortiment. Dann kommen wir mal zu einem Produkt. Das seht ihr dann auch, dass ich euch nicht anflunkere in meinen DM-Halls. Und zwar habe ich aufgebraucht dieses Produkt hier von Balea Soft Oil Balsam. Und zwar diese Body Lotion. Riecht unfassbar gut. Kostet nicht mal 2 Euro. Ihr habt schön gepflegte Haut. Es zieht sehr schnell ein. Und es ist einfach ein tolles Produkt. Deshalb kaufe ich es mir immer wieder nach. Ihr habt den Beweis. So viel dazu. Und ja, ich habe es euch ja auch in meinem letzten DM-Hall gezeigt, dass ich sie mir eben gekauft habe. Diese wunderbare Body Lotion. Alternativ kaufe ich mir auch immer wieder mal dieses hier von Duff. Allerdings ist es so, dass es ein sehr teures Produkt ist. Es riecht aber auch dafür unheimlich gut. Ihr habt auch wieder hier so ein bisschen einen Spa-Effekt. So ein bisschen was Besonderes einfach. Ist wirklich auch ein ganz, ganz tolles Produkt und werde ich mir definitiv wieder nachkaufen. Eben so im Wechsel dann auch verwenden. Dann haben meine Jungs auch gebraucht. Hand & Shoulders. Und zwar diese beiden hier. Ich muss sagen, dass ich dieses hier besser fand. Citrus Fresh nennt es sich. Weil sie irgendwie besser gerochen haben. Also immer wenn ich so an die Jungs dranbinde und so mit ihnen auch gesprochen habe, also so ganz nah und das gerochen habe, fand ich das hier auf jeden Fall besser. Und deshalb werde ich dieses hier nachkaufen. Und dieses hier dann eben leider nicht. Allerdings haben wir auch noch andere getestet an Tiefschuppen-Shampoos. Dieses hier von Nivea. Das war auch sehr gut. Ich habe da jetzt nicht irgendwie einen großen Unterschied gemerkt. Aber ich wechsle da immer so ein bisschen ab, weil man soll ja auch die Kopfhaut nicht nur an ein einziges Produkt gewöhnen, wenn die noch so jung sind, die Kinder. Die sind ja jetzt im Teenager-Alter. Mein Mann bekommt allerdings immer dieses hier von Schwarzkopf. Schau mal, for a man. Der ist nicht mehr im Teenager-Alter und deshalb kaufe ich dieses hier immer wieder nach. Und meine Jungs haben auch fleißig Duschgel aufgebraucht. Das kaufe ich auch immer wieder nach. Und zwar ist es von AXE. Black, diese Version hier. Das mögen sie eher als dieses hier. Das hatten sie auch aufgebraucht. Aber das war zu intensiv. Sie mögen eher dieses hier. Und deshalb geht es jetzt auch hier in diese Kiste hier und wird dann wieder nachgekauft. Ach so, dieses hier haben sie auch noch aufgebraucht. Schaut, auch von AXE ein Shampoo. Allerdings hatte das der Max in Verwendung. Das fand er auch ganz gut. Ja, doch. Ich weiß jetzt gar nicht, welches ich ihm jetzt nachgekauft habe. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich will jetzt auch nicht lügen. So, okay, meine Lieben. Also, das war es soweit. Hier sieht es aus. Und ich habe nochmal einen Berg voll. Also lasst mich sehr, sehr gerne wissen, ob ich euch noch ein aufgebraucht Video abdrehen soll. Dann mache ich das natürlich wahnsinnig gerne. Dieses hier wandert jetzt alles in den gelben Sack. Also ich habe wirklich fleißig gesammelt über Monate hinweg. Und habe mir immer gedacht, ja, ja, drehe es dann ein Video ab und so, ne. Aber irgendwie hatte ich nie die Zeit oder es ist irgendwie nicht dazu gekommen. Aber lasst mich sehr, sehr gerne wissen, ob ihr das nochmal sehen wollt. Dann drehe ich es euch ab. Und dann kann ich nämlich endlich alles schön ordentlich entsorgen. Und vor allen Dingen Mülltrennung und so, ne. Ey, das ist so lustig. Also eigentlich ist es nicht lustig, aber ich habe gesehen, dass in mehreren Regionen Deutschlands der Müll nicht getrennt wird. Und wir hier wirklich fein säuberlich jedes kleine Fitzelchen in die jeweilige Tonne packen. Ja, naja, gut. Auf jeden Fall bin ich jetzt froh, dass das alles dann, oder das meiste in den gelben Sack wandert. So, also meine Lieben, lasst es mich gerne wissen. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Und abonniert ist kostenlos, das wisst ihr ja. Schaut auf jeden Fall auch bei meinen letzten Videos vorbei. Da würde ich mich total freuen. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!